Dänemark trifft im Achtelfinale der Euro 2020 in der Amsterdam Arena auf Wallis. Mit den zwei Toren von Dolbeck und den Toren von Mele und Braltweite besiegte Dänemark seinen Gegner mit 4.0 und erreichte das Viertelfinale. Dänemark hat als erstes Team das Viertelfinale erreicht, indem es Wallis im Achtelfinale der Euro 2020 mit 4.0 besiegte. Während das schnell begonnene dänische Spiel die gegnerische Hälfte zerstörte, brachte Kasper Dolbeck in der 27. Minute in der Amsterdam Arena das 1.0 in der Amsterdam Arena, das sehr aus seiner langjährigen Laufbahn bei Ajax gewohnt war. In der ersten Hälfte wurden keine weiteren Tore erzielt. Die Mannschaft, die schnell in die zweite Halbzeit startete, war wieder Dänemark. Dolbeck, der in der 48. Minute noch einmal die Bühne betrat, erhöhte die Differenz auf 2. als die Minute 88 im Kampf zeigte, war Jürgen Mele der Spieler, der in Dänemark traf und es stand 3.0. Wallis Harry Wilson wird in den 90er Jahren eine rote Karte gezeigt. Bei 90 plus 4 erhöhte Breitweite den Vorsprung auf 4.0 ohne Tore in den verbleibenden Minuten erreichte Dänemark als erste.